Moin liebe Freunde und Follower, ich heiße euch herzlich willkommen aus meiner wunderschönen Heimatstadt Bremen. Heute sind wir hier auf der Messe Bremen, wo dieses Wochenende bis Sonntag, den 10. November, ein ganz besonderes Event stattfindet. Die Dreifachmesse Reiselust zusammen mit der Caravan-Ausstellung und Fisch und Feines kombiniert. Wie spannend ist denn das? Ohne Caravan wäre ich nicht vollständig, denn das Reisen gehört einfach dazu. Was wäre eine Reise ohne leckeres Essen auf dem Teller? Also begleitet uns auf dieses aufregende Event und entdeckt mit uns gemeinsam Highlights, Neuigkeiten, die hier in der Freien und Hansestadt Bremen feilgeboten werden. Ich kann es kaum erwarten, die tollen Eindrücke und Leckereien mit euch zu teilen. Lasst uns gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen. Also schaltet an, wenn das Video auf YouTube online ist. Wir werden jetzt erstmal reingehen.